Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch heute zurück zu einer neuen Folge von Was ist das denn heute mit Edge of Space? Erinnert mich von den Screenshots her so ein bisschen an eine Mischung aus Terraria, Starbound und Metal mit etwas besserer Grafik. Das Ganze ist aber, um vorweg schon mal das vorwegzunehmen, noch in der Early Access Phase. Insofern alles, was ihr jetzt seht, ist also noch nicht finales Game Footage. Aber es ist natürlich trotzdem mal, es ist in der Liste, also schauen wir uns das Ganze mal an. Wer Early Access ist, der darf auch ein bisschen, wenn man das Ganze mal verarbeitet, nicht scheuen. Bin auch ein bisschen krank, somit wundert euch nicht, wenn ich noch ein bisschen Schwachsinn rede. Ich habe auch erst überlegt, ob ich das heute überhaupt machen soll, aber nee, komm, da kriegen wir schon hin. Deswegen ziehen wir das Ganze durch. Passt schon. Das Ding hat normalerweise so ein schön amerikanisch-like gezeichnetes Intro mit cooler Musik, die jetzt auch gerade im Hintergrund läuft. Ziemlich cool, kann ich euch leider nicht zeigen, weil sobald das Spiel an ist, läuft sofort das Intro los und egal, welche Taste man drückt, es überspringt das. Also kann ich den Aufnahme-Button nicht drücken. Hundertprozentig. Leider müsst ihr also ohne das coole Intro auskommen. Ich würde sagen, wir starten dann direkt los. Das Ding hat einmal ein Singleplayer und ein Multiplayer, so ziemlich wie Terraria. Sieht halt auch so aus. Ich weiß noch nicht, ob man das gleiche machen muss, aber das werden wir dann gleich sehen. Wir werfen einen kurzen Blick ins Optionsmenü. Wir dürfen die Lautstärke und die verschiedenen einzelnen Lautstärke bzw. Tonarten einzeln regeln. Sehr cool. Auflösung lässt sich einstellen, wie Sync, Tile Details, dann den Display-Mode, ob das Full sein soll oder Full mit Borderless und so weiter. Der Zoom-Faktor in-Game, das ist hier auch ziemlich cool für Leute, die auch nicht so gut lesen oder nicht so gut sehen können. Die Größe des User-Interfaces und dann können wir noch Anti-Lizing und was auch immer AO ist. Okay, viel mehr ist nicht gut und natürlich könnt ihr die Tasten-Bindungen hier, die die Key-Bindings einstellen. Aber ich lasse das mal alles auf Standard und würde sagen, wir legen dann direkt einfach mal los. Singleplayer, ich habe das Ganze vorher noch nie gespielt, wie gesagt, also ich bin ziemlich gespannt. Wir dürfen erstmal unseren Avatar erstellen. Okay, so wie es aussieht, gibt es hier nur Menschen. Das ist natürlich ein bisschen langweilig. Gender-Female, Male, oh je, das sieht ja heftig aus, der Typ. Okay, krasse Leute, wen nehmen wir denn da mal? Yo, den Mann mit dem Superkin, wenn, dann das Ultrakin. Aber schon mal gleich lila Haare, passt ja schon mal gut. Wo sind wir denn da? Ich muss mal meine Frisur anpassen. Du Scheiße, ja, sieht gut aus, ne? Ich würde sagen, oh ne. Oh Gott, das ist ja eigentlich schlimmer als die andere. Yo, hier, das passt, ne? Ein bisschen Punkermäßig. Lila ist okay. Accessoires. Die EU so eine coole Brille. Ja, warst du schon, ne? So, Blaufuchs heißen wir. Los geht das. So, dann spielen wir mal mit Blaufuchs und createn eine neue World. Ich hatte schon mal eine Test World gemacht, wie ihr hier seht. Einfach nur umzugucken, ob die Aufnahme funktioniert. Aber wir machen natürlich eine neue und nennen die Wuchsbau. So, wir wollen mal gucken. Wenn du gestorben bist, haben wir einen Firefox equipped. Wie geil ist das denn? Es kann nicht sein, dass es die höchste Blume in der Schuhe sein wird, aber es wird das Job gemacht werden. Hundertprozentig. Den hätte ich auch gerne in echt. Das ist so niedlich. So ein kleiner Fuchs, der mit so einem Jetpack hinter einem herfliegt und Licht macht. Süß. Das ist ja wie für mich gemacht schon mal der Loading Screen. Also ab jetzt gefällt es mir schon mal gut. Fängt schon mal gut an, mich gut zu begrüßen. Käffchen trinken, während er hier am Laden ist. Ist auf jeden Fall gut was am Laden. Das dauert erstaunlich lange. Aber gut, die Welt generieren. Wer weiß, wie groß die ist und so. Das kann alles seine Zeit dauern. Wenn es so wie bei Terraria ist, laden wir auch nur einmal. Danach ist dann ja Schluss. Da kann man dann auch noch überstehen. Betrachten wir so lange halt diesen niedlichen Firefox. Wobei, er sieht ein bisschen dösig aus. So leicht bresig. Wahrscheinlich ist er müde. Selbstverständlich. Ich wäre jetzt auch müde. Mucke ist schon mal cool. Zumindest diese Intro-Mucke. Mehr habe ich noch nicht gehört. Aber die hat schon mal was für sich. Wahrscheinlich ist er auch das einzige Lead in den ganzen Spiel. So wie damals bei den NES-Dingern. Läuft jetzt die ganze Zeit ununterbrochen. Oh, wir sind da. So, oh. Jetzt sind wir plötzlich da. Zack. Alles klar. Tutorial. Part 1 of 8. Es gibt also ein Tutorial. Momentan gibt es das Ganze nur auf Englisch. Also ich habe zumindest nichts anderes gesehen. Ihr seht schon, qualitativ sieht das Ganze etwas besser aus als Terraria oder Starbound. Das ist nicht ganz so pixelig und hat eigentlich ziemlich coole Grafik. Und wir starten auf jeden Fall auch auf einem Raumschiff. Das ist schon mal sehr ähnlich zu Starbound. Klick die Checkmark next to the Quest name to complete it and continue the tutorial optional. Klick on the teleporter on the left side of the room to skip the tutorial. Denn das Tutorial müssen wir schon irgendwie machen, ne? Zack. So, jump over the obstacle. Press the spacebar to jump. Oh, das ist klar. Wir müssen also hier lang. Ah, das scheinen die Obstacles zu sein. Hui. Oh, nein. Hier. Mio. Okay. Äh. Jump up the platforms by standing beneath them and jumping. Press and hold spacebar to jump longer. Hui. Hui. Also why it's so easy, ne? So. Jump down the platform on the right by standing on top of them and moving down. Press S. Ah, ja. Alles klar. Uh. Man muss dann nicht jumpen. So. Jump down the pit. Go ahead. This won't hurt a bit. Uh. Long drop. Eee. Puh. Au. Stand near the button. Activate the switch. Open the door. Klicken. E. Was muss ich denn drücken? To activate an object, stand near it. Move the mouse over it and press the right mouse button. Ah. Alles klar. So. Stand near the chest. Open the chest. To open the chest, stand near it. Move the right mouse button. Alles klar. Wollen wir sie mal öffnen. Oh, yeah. So. Take all items from the chest. Was haben wir denn da? Standard issue laser pick. This schematic illustrates how to create a standard laser pick. Geil. Dirt. Clay. Mud. Rock. Wie nehm ich das denn? Äh. So. To take an item from the chest, move the mouse over it and press the right mouse button. You can also open the character window, press C and drag and drop items from the chest. Ah. And double-click the left mouse button. Okay. Craft the standard issue laser pick. Open the crafting window, press V. Crafting. Das war so ein Rezept, ne. Da ist das Ding auch. Äh. Select the standard issue laser pick. Receipt on the left. Click on each component on the right to select them from your inventory. Then click on Signs. Okay. Signs. Not enough resources added to Sematic. What? What? Can that not be? Dirt. Select dirt. Dirt x 10. 10 x 10. 10 x 10. Was will ich machen? C? Müssen die einfach so machen? Oh. Oh cool. Ja, so ist der aus. Ja, cool. So, pick issue laser pick and it in the mud clay dirt or rock tile. Then press and hold the left mouse button. Tiles will heat up and break. Achso, das kommt jetzt hier wahrscheinlich. Da. Ah, alles klar. Okay, jetzt wird diese Laser Gun aus Starbound, ne. So, equip one of the tiles to mine. Press one to eight to select a toolbar slot. Aha, alles klar. Ich muss das eigentlich so machen und dann kann ich hier sagen, one. Ah, alles klar. Jetzt minen wir doch erstmal noch ein bisschen. Das können wir nicht minen. Das liegt auch nicht, aber hier noch ein bisschen. Nö, jetzt minen wir erstmal ein bisschen zurück, ne. Dü, 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 dü. Oh, es gibt sogar Erfahrungspunkte. Es gibt also Erfahrungspunkte. Das ist schon mal ein Unterschied. Bei Starbound gibt es keine Erfahrungspunkte. Oder doch? Gibt es da auch Erfahrungspunkte? Ich weiß gar nicht mehr, ob man da am Level aufsteigt. Oder einfach nur das. Normalerweise wird man bei der Art von Games auch nur durch das Equipment stärker. Indem man dann neue Dinge freischaltet und so weiter. Aber ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. So. Schön ist das hier. Ich glaube, wir haben genug gemein. So. Die fastest way to reach the top is to jump and place tile beneath you. Oh ja. Zug. Oh ja. Voll die Cheater-Lösung hier So, we did it Now Click the checkmark next to the Quest name to complete it Stand near the chest Open the chest Alles klar, machen wir So, take all items Zack, zack, zack Okay So, open your character window, press C and use the Standard Issues Rifle Schematic Okay, los, zack Dann sollen wir die jetzt auch machen Also V, dann gehen wir auf Standard Issue Rifle Das ist New Energy Weapon, da brauchen wir einmal das Und dann brauchen wir einmal das Und dann drücken wir Signs Dann sollen wir die wieder equipen Sagen wir mal, dafür nehmen wir zwei So, Stational Target Killed While holding the Standard Issues Rifle Press Tap to reload Press and hold left mouse button to fire 100%ig So, du auch noch 100%ig, mit einem Tap to reload Alles klar Ich wusste, wo sieht man denn überhaupt die Muni Ach ja, Tatsache Alles klar So So Go out the door to the next And drop down to the next room Verwirkt sich jetzt was Dadatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat und er und er hier geht vor was ab schon mal lustig komeraden hier doch so klickt check markt textblatt zu complete quest machen wir so stand near the chest and open the chest wird gemacht ich hoffe wir sehen noch was anderes als tutorial aber man muss erst mal reinkommen er bringt ja nix so dann wollen wir mal standard ischie jetpack witzig zack zack ich beeile mich extra schon damit wir schnell durchkommen so v jetpack wollen wir mal schnell das jetpack select mal hier habe ich kein aluminium ich habe es vergessen open your character window ach so warte ich muss erst mal das schematik lernen dann gehen wir auf v jetpack und sagen dirt und sagen science so equipt ist ein jetpack open the character bla 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 alles klar dann nehmen wir jetzt die drei und da kommt mit das jetpack hin weil das brauchen wir gar nicht mehr zahlen so use the jetpack to reach the ledge at the upper right of this room right for the energy bar to refill then jump spacebar twice to activate the jetpack zack so find the exit you can activate your jetpack while falling by pressing the jumper tries alles klar dann wird wohl das extert sein und das extert finden so find the exit So, okay, soweit ist gut. War das Tutorial wohl auch gleich geschafft. Ich will hier nur noch raus, so. So, sind die irgendwie gefährlich, die Viecher, oder fliegen die hier nur rum, um ein bisschen zu nerven? So, mal sehen. Das könnte doch das Exit sein. Jappala, zack. Activate the Teleporter to enter the world of Akoa. Alles klar, let's do this. So, damit ist das entstanden. Was ist das für ein komisches Ding? Bist du gefährlich, oder bist du nett? Man weiß es nicht so genau. Okay, so, wir sind auf Akoa. Und dann schauen wir mal, wie das so losgeht. Dann fangen wir mal an irgendwie mit dem Laser. Kann ich Bäume fällen? Nö. Ja, mal gucken, was man so machen muss, ne? Also man kann auf jeden Fall hier, wie ihr seht, diese Dirt-Blöcke einsammeln. Niu, niu, niu. Das funktioniert schon mal. Sommeln wir erst mal ein bisschen Dirt ein. Das sieht doch so aus, als könnte man es umbringen. Ja, kann man. Die, du kleiner Käfer. Was auch immer das bringt. Den Baum kann man schon mal nicht fällen. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise ist doch Holz immer eine feste Ressource. Na gut, gehen wir uns einfach mal ein bisschen umsehen, würde ich mal sagen. Was auch witzig ist, dass das hier so dunkel ist. Als müsste man da irgendwie erst Licht positionieren. Normalerweise wird das ja hell, wenn man es erforscht hat. Aber hier muss man anscheinend erst irgendwie Licht positionieren, damit das Ganze hell wird. So. Mal gucken. Sammeln wir erstmal hier so ein bisschen matt ein. Das schadet ja nicht. Da unten sind auch schon so komische Käfer und so. Da würde ich mir schon ein bisschen Sorgen machen, ob die nicht doch ein bisschen böse sind. Das springe auch schon hoch. Was geht mit dir da unten? Mal haben wir mal Zeug gesammelt. Was ist das denn für ein Ding? Alles umbringen hier in dieser Welt. Du bist böse. Das war eine fliegende Qualle. So, was ist das? Kann ich auch nicht meinen, ne? Okay. Bis jetzt ist es ziemlich bunt und hat auf jeden Fall einen interessanten Hintergrund, aber... I'm not so sure what I have to do. So, was soll ich denn machen hier? Es gibt jetzt leider keinen Quest mehr, der noch irgendwas sagt. Jetzt gehen wir mal hier auf V. Oh, wow. Achso, Basic Workbench. Ah. Alles klar. Zurück! Zu unserer Basis. Nicht so hoch. Wir machen uns das hier erstmal gemütlich. So. Alles klar. Wir bauen uns jetzt hier erstmal schön so ein kleines Häuschen. Dafür reiße ich jetzt mal gerade hier noch die Wand weg. Und die hinten den Hintergrund wegmachen? Irgendwie nicht. Ich hoffe, das ist nicht böse. Oh, oh no. No. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich treff's nicht. Ich bin zu blöd. Ah. Gehst du vorweg? Hab ich unendlich Muni? Ich hoffe doch, ey. So. Ich muss das richtige Equipment hier auswählen. So, hier schön. Möglichst schneller uns mal ein Häuschen bauen. Oh, nein. Wo kommt ihr denn immer wieder her, ihr Schweinebacken, ey? Ah. Hau ab. So. Ich guck mal, dass ich mir jetzt hier schnell ein Hütchen baue. Inventar. Äh, nee. Doch, Inventar. Dann brauchen wir Dirt. Das packe ich in den Dreier-Slot. Und dann fangen wir erstmal an, hier so ein bisschen unsere kleine Wand hochzuziehen. Ach, scheiße. Nichts krieg ich geschissen. Selbstverständlich kommt da so eine Qualle von oben. Hau ab, Mann. Okay. Also, ganz gemütlich. Gemütlich. So. Da sind wir erstmal sicher, ne? Das ist erstmal der Anfang. Wir können uns da oben da gleich so ein Loch noch reinschießen. Durch das können wir immer rausfliegen, ja? Natürlich kommen dadurch momentan jetzt auch noch Feinde rein. Aber es ist erstmal ein Anfang, ne? Jetzt gehen wir mal auf V und gucken mal. Basic Workbench. Dafür brauchen wir Dirt. Das haben wir. Mud. Haben wir nicht genug. Mud ist das da. Dann haben wir nur 4 von 5. Und Clay. Haben wir 22. Wir müssen noch mehr Mud finden. Mud ist das leicht Orangen. Oh, toll. Jetzt wird es auch noch hier... Oh, oh. Gleich Deckel zumachen. Jetzt wird es hier dunkel. Das heißt, jetzt haben wir ein Problem. Weil wir auch keine... Wir müssen mal gucken, was es sowieso noch so gibt, ne? Armor haben wir hier. Das ist schon mal nicht verkehrt. Das Jetpack haben wir sowieso schon. Leg Armor. Chest Armor. Noch mehr Jetpacks. Ein Helm. Noch eine andere Gun. Building Armored Data. Consumable Data. Decoration Data 1. Explorer Armor. Irgendwie sowas wie... Da. Plasma Torch. Wunderbar. Können wir... Rocks für nehmen. Oh, siehst du. Dann mach mal... Klammer 4 Stück davon. Signs. Not enough resources added. Oh. Der macht halt Clay. So. Mach mal 4 Stück davon. Immer noch nicht. Achso, das braucht jetzt 8. Ah, man muss es dann neu ausrüsten. Alles klar. Ne. Reicht irgendwie nicht. Rock. Signs. Rock. Irgendwie klappt das mit denen, wenn man mehrere macht. Nicht so ganz. Egal. So. Mal gehen. Jetzt gehen wir mal auf unser Inventar. Dann rüsten wir das als 4 aus. Wäre cool, wenn hier so Nummern dran stehen würden. Damit man rafft, welche Nummer was ist, ne? Aber naja. So. Könnte ich jetzt auch irgendwie setzen. 100%ig. So. Einmal Plasma-Torches. Alles klar. Ihr seht, es wird langsam hübsch in unserem kleinen Häuschen hier. Also schön ist es noch nicht. Aber es nimmt Form an. Ja. Okay. Also dann machen wir hier mal die Wand wieder weg. Bauen wir uns hier noch so einen kleinen Tunnel. Das noch und das noch. Also schön ist es noch nicht, ne? Das kommt dann mit der Zeit, ne? Aber ihr seht, es ist extrem wie, ja, ich würde sagen halt Terraria. Beziehungsweise Starbound eher. Weil das eher das Weltraum-Setting hier hat, ne? So. Nur halt mit besserer Grafik, weil die Tilesets halt etwas besser aufgelöst sind. Aber sonst ist es im Grunde das Gleiche. Bis jetzt, ne? So. Gut. Aber ich will jetzt nicht von einer Kopie oder sowas reden. Man weiß ja nie so genau. Ich bin auch viel zu... Also es wird auch nicht... Wir werden da auch gar nicht genug von sehen. Als dass wir uns dann eine konkrete, richtige Meinung darüber bilden können. Oha. Wie kriege ich denn jetzt hier so Sachen weg? Die an der Wand hängen. Gar nicht mehr. Bei Terraria konnte man einfach rechte Maustaste drücken, um Sachen, die im Hintergrund sind, wieder wegzukriegen. Das funktioniert hier irgendwie nicht. Nee. Muss irgendwie anders gehen. Hm. I don't know. Vielleicht braucht ihr da ein extra Removal-Tool oder ich muss drauf schießen. Hm. I don't know. Egal. So. Jetzt müsste man im Grunde eigentlich erstmal warten, bis Tag ist, weil es ist viel zu dunkel. Ne? Und dann können wir wieder Zeug organisieren. Wir brauchen erstmal so eine Basic Workbench. Standard Workbench. Rock. Haben wir hier Nook. Clay. Haben wir hier Nook. Mud haben wir plötzlich auch 10. Na, hundertprozentig. Und der läuft doch. Science. Dann haben wir schon mal so eine Basic Workbench. Dann gehen wir mal ins Inventar, packen die mal auf 3. Und stellen sie jetzt erstmal irgendwo hin. Bop. So. Muss ich die erst ansprechen? Tatsache. Jetzt gibt's hier... Oh je, Mini. Jetzt kann man hier... Oh, man kann hier immer einen Filtern. Das ist schon mal nicht schlecht, ne? Weapons. Tools. Structures. Dirt Structure. Ist klar. Dafür brauche ich Dirt. Jetzt habe ich wieder von was weiß ich. Und Raw Material. Hier Dirt und da Raw Material. 30 Stück. Habe ich überhaupt noch irgendwo 30? Ja, noch mehr Dirt. Science. Da kriege ich 6 so eine Dinger. Und lass mich raten. Das ist eine Wand. Inventar. Ah. Uh. Sogar richtig viele. Alles klar. Machen wir mal auf 4. So. Ne. Äh. Aber es ist nicht richtig. Ich muss erst mal weg. So. 4. Dann equippen wir das. Genau. Und dann können wir jetzt eigentlich unsere Wand ersetzen. Mit dieser etwas viel schöneren Wand. Fangen wir damit an. So. Machen wir mal hier die Decke erstmal wieder weg. Zip. 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 Gucken wir uns direkt mal an. Wie das denn jetzt aussieht. So. Das sieht doch gleich viel besser aus. Als wäre es so gewollt. Als nächstes bräuchten wir noch eine Tür. Wir machen gerade erstmal die Wand hier noch weg. Mal sehen, ob die Fackel dann hängen bleibt. Naja. Tatsache. Wir dürfen das nicht ersetzen. Solange die Fackel dran hängt. Und da ich nicht weiß, wie man eine Fackel wegkriegt. Sieht das jetzt richtig scheiße aus. Leute. Wir kriegen eine Fackel weg. Oh man. Man. Das sieht ja voll dämlich aus. So eine Scheiße. Na wir werden das noch rausfinden. Eines schönen Tages. Das ist mal ein schöner Boden hier jetzt. Ne. So. Bödschen noch hier. Komm. Achtung. Ja. Alles klar. Sieht doch gleich schon mal besser aus. Als wäre es so gewollt. Lass mich raten. Jetzt kriege ich das hier auch wieder nicht weg. Toll. Aber ihr bleibt hier halt Modderboden. Also für das erste Häuschen sieht es halt scheiße aus. Ist halt normal. Die erste Butze muss ja kacke aussehen. Sonst ist ja nicht richtig. Sonst hat man ja irgendwas falsch gemacht. Das ist ja nun mal so. Das könnte langsam auch mal wieder Tag werden. Damit wir uns mal wieder nach draußen begeben können. Und ein bisschen auf Tour gehen können. Wäre ja nicht verkehrt. So. So. Aber nimmt langsam doch Gestalt an. So für die erste Butze. Wir müssen halt nur mal gucken, dass wir irgendwas kriegen. Womit man Sachen wieder entfernen kann. Die im Hintergrund hängen. So was wie diese Lampen. Und so weiter. Ist halt kacke. Wenn man das nicht umpositionieren kann. Oder ich habe es irgendwie nicht geschnallt. Aber das Tutorial hat es auf jeden Fall nicht erklärt. Wie man Sachen aus dem Hintergrund rauskriegt. Weil normalerweise will man ja auch hier hinten dann diese Modderwand wegmachen. Und seine eigene hübsche Wand dahin ballern. Ist ja ganz normal. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Gehen wir mal nochmal ins Crafting Menü. Und dann auf Facility. Plasmatorch. Okay. Tools. Was ist das? Ich such gerade erst mal eine Tür. Lasersong. Your basic laser saw is capable of plastics through plenty of matter with beams of ex-protoners. This is the Mark 1 version. Aha. Arclight. It's going to be difficult to terraform a new world when it's dark. The Arcco Arclight can animate even the darkest. Ah, das ist ne Lampe. Alles klar. Habe ich da noch genug für? Dirt. Mud. Clay. Haben wir noch genug Rocks? Weak Charged Goo. Oh, haben wir nur eins. Schade. Reicht noch nicht. Aber damit können wir dann im Dunkeln Zeugs halt erhellen, ne? Ist auch schon mal nicht verkehrt. Aber gut. Ich war ja eigentlich auf der Suche nach einer Tür. Enter Search Text. Door. Alles klar. Gehen wir mal weiter. die Sachen durch. Structure. Dirt Structure. Gathering. Specialist. Face Armor. Legs. Data. Decoration. Base Construction. We will increase your understanding in the field of Base Construction. Okay. Also wir müssen uns auch erstmal die Sachen hier sign. Jetzt haben wir Base Construction. Dann gehen wir auf unser Inventar. Doppelklicken das Ding. Gehen wir da. Aber wir müssen auch hier rechts klicken. Base and Construction. Torch. Dirt Structure. Basic Workbench. Mensch, das hilft uns nicht weiter. Facilities. Facilities. Structures. Nee. Tools. Gathering. Specialist. Der Arc Leiter. Das ist alles Data. So. Was habe ich denn Neues gelernt? Egal. Gathering. Was haben wir denn da? Standard Pick. Und dann gibt es hier die Laser Song. Können wir uns die auch schon basteln? Dort haben wir noch. Dort haben wir noch. Yo. Rock. Schade. Wir brauchen mehr Rock. Alles klar. Wir müssen uns Rocks organisieren. Wann wird das denn hier mal wieder hell? Sonst gehen wir jetzt im Dunkeln raus. Wir haben natürlich keinen Bock ewiglich zu warten. Macht ja auch keinen Spaß. So. Jetzt haben wir uns erstmal nochmal ein Loch wieder gemacht. Und los geht das. Problem ist das echt lebensgefährlich. Weil wir nix sehen. So richtig überhaupt nix. Wenn es irgendein Gegner kommt oder so sind wir voll im Arsch. Das hat gar keinen Sinn. Wir brauchen aber Rocks. Vielleicht finden wir hier hinten noch irgendwas. Wir sollten uns nicht zu weit weg wagen. Aber irgendwie ist das langweilig. Jetzt haben wir hier Nacht. Ich kann nix machen. Und ja. Der Part ist bald rum. Habt noch nicht viel gesehen. Das einzige was ihr jetzt wisst. Ist ziemlich wie Terraria. Uff es wird glaube ich gerade hell. Hundertprozentig. So. Oh mein Stein. Wir fliegen hier schon mal rüber. Irgendwelche Rocks hier. Ne nur Dirt. Na ja. Da sammle ich auch mal ein bisschen ein. Wir brauchen ja Rohmaterial. Um schöne Dinge zu basteln. So ein bisschen Clay und so. Oh jetzt klappt das doch. Anscheinend ist nachts nichts draußen. Also ich hab auf jeden Fall keine Gegner gesehen. Ne. Also diese Bäume kann man auf jeden Fall auch fällen. Sonst wir da nicht. Sonst könnte man nämlich den Dreck batzen unter denen kaputt machen. Das kann man nicht. Also scheint da ja noch irgendwas mit zu gehen. Dann können wir ja eigentlich mal in die Höhle da unten drunter gehen und gucken was wir da so entdecken. Immerhin haben wir ja direkt eine Höhle bei uns unten drunter. Es schadet ja eigentlich nicht da ein bisschen zu erforschen. Gehen wir am besten aber seitlich durch und nicht durch unser Haus. Oh voilà. So. Hoch. Gib alles. Wollte ich sagen. Kämpfen wir uns doch mal. Oh. Was bist du denn für Dinge jetzt? Egal. Ich hab's kaputt gemacht. So. Oh. Oh. Shit. Ja cool. Wie komm ich denn da wieder zurück? Na egal. Ich hab Rocks gefunden. Das ist schon mal gut. Mal suchen hier. Also der Hintergrund ist ja ein bisschen arg nervig. Ne. Muss ich ja zugeben. Verpiss dich. So. Ich brauch Rocks. Keine Zeit für den Scheiß hier. Zack. Zack. Steine. 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 Ja. Ich hab hier noch ein bisschen Clay. Da nehmen wir natürlich auch alles mit. Was willst du hier? Oh scheiße. Wir haben uns eingemauert. Ist nicht gut. Also das mit der Dunkelheit ist schon so eine Sache. Also das erste was wir eigentlich bräuchten ist so eine Lampe. Muss man ja echt zugeben. Man sammelt jetzt erstmal den Tag über was man kriegen kann. Guckt dann dass man sich abends die Lampe bastelt. Weil die halt hilfreich ist. Dann sehen wir auch mal was. Oder noch mehr Rocks. Aber ich sammle gerade noch ein bisschen davon. Oh oh. Oh 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 oh. Scheiße. Au. Ich muss sagen wie der Hell ist da oben. 500 haben wir noch. Also noch ist alles gut. Aber es wird langsam knapp. Oh ne dicke Riesenschnecke. Hallo. Die Steine. Da sind noch Steine. Jetzt sammeln wir die Steine noch ein. Und dann müssen wir gucken, dass wir den Weg zurück wiederfinden. Oh what the fuck ist das denn? Kümmer dich mal um anderes Zeugs. Ich habe keine Zeit für dich. Musst du die Steine sammeln. Manche Sachen sind auch friedlich. Man muss mal so ein bisschen aufpassen. Was ist friedlich? Was nicht? Oh. Das Ding ist nicht unbedingt friedlich. Doi du riesiger Frosch. Whatever. Oh er hält ein bisschen was aus. Oh jetzt ist er zerplatzt. In schierer Exzellenz. Wie sich das so gehört. So dann wollen wir noch mal schnell ein bisschen Steine abernten. So komm schon. Also was mich ein bisschen stört ist der Sichtradius. Das war weiß ich nicht. Das ist doch bei Terraria und Co. Das ist alles viel länger. Man hat irgendwie überhaupt. Oh wo kommt das denn schon wieder her? Der nächste von den Dödels. Man hat irgendwie nicht so wirklich das Gefühl man kann weit sehen. Man ist ganz schön aufgeschmissen am Anfang zumindest wenn man noch nichts hat. Das kann natürlich nachher alles noch viel besser werden. Aber aktuell nervt es mich ein bisschen. Dass ich so unendlich wenig sehen kann. Ach du Scheiße. Okay ist mir zu nervig. Wir gehen jetzt in unser Invent. Momentan. Dann sagen wir hier 5 und wählen Matt. Und dann legen wir los. Oh fuck. So geht es nicht. Ich dachte ich soll unter mich was setzen. Matt kann man anscheinend nicht einfach so unter sich setzen. Okay da sind wir wieder oben. Alles cool. So. Jetzt legen wir aber mal los. Jetzt gehen wir mal ins Invent. Moment. Hier zur Workbench. Jetzt wollte ich einmal Tools. Dieses Licht am besten haben. Weil das einfach gut ist. Aber da brauchen wir diese Dinger. Da haben wir immer noch nur eins. Also Licht ist erstmal nicht drin. Aber wir können neue. Wir können erstmal Amor natürlich machen. Und Waffen. Eine neue Gun gibt es hier. Die ein bisschen besser ist. Und dann haben wir was Resource Gathering angeht. Können wir die Laser Song mal basteln. Dirt. Mud. Clay. Und Rock. Sonst noch was? Ne. Science. Alles klar. Dann nehmen wir mal diese Laser Song. An Position 1. Da ist tatsächlich doch etwas in unser Haus reingelatscht. Ich kann es nicht fassen. Verpiss dich du dummes Vieh. So etwas wie eine Tür wäre wirklich cool. Haust du wo ab? Ja. Was ist hier? So. Wir sollten vielleicht die Decke wieder zumachen. Besser ist das, ne? So. Wo ist denn hier eine Tür? Das gibt es doch nicht. Es muss doch eine Tür geben. Kann doch nicht sein. So. Jetzt habe ich diese Laser Song. Was gibt es noch? Äh. Weapons. Können wir diese Gun vielleicht noch machen? Dirt. Mud. Clay. Or Rock. Dann machen wir an zweiter Stelle jetzt diese neue Gun. So. Was macht die denn? Macht anscheinend mehr Damage, ne? Okay. Okay. Die geht jetzt schon mal gut ab. Die ist wahrscheinlich nur für Bäume da. So wie das aussieht. Alles klar. Dann gehen wir mal auf zwei. Packen wir das Ding hin. Und hier auf drei. Dann packen wir das Ding hin. Tatsache. Daraus können wir dann wahrscheinlich auch... Ach, ne. Daraus können wir wahrscheinlich dann auch endlich Türen und so weiter machen. Proton Leaf. Hundertprozentig. So. Wir brauchen mehr Bäume. Gehen wir mal nach weiteren Bäumen in Ausschau halten. Zack, zack, zack. Also ich glaube zusammen und so macht das natürlich wieder mehr Spaß. Das ist wie so ein Spiel. Das spielt man lieber zusammen als alleine. Was dann einfach lustiger ist. Pisst euch hier. Oh ja, die geht schon besser ab, die kann. Schon mal nicht schlecht. So, noch mehr Bäumchen hier irgendwo. Da ist noch einer. Siehste. Sammeln wir noch ein paar Bäume ein. Da gehen wir mal gucken, was wir daraus craften können. Also soweit ist es wirklich lustig. Das Einzige, was mich ein bisschen abnervt, ist der Hintergrund. Der ist irgendwie... Weiß ich nicht. Der sieht aus, als hätte den irgendeiner in Paint irgendwie so zusammengefoto-painted. Keine Ahnung. Sieht halt nicht gut aus. Da wäre so ein normaler Himmel oder sowas. Wäre da irgendwie cooler. So, fäll hier den Baum. So ein Riesenbaum, der braucht Jahrtausende. Komm schon, Baum. Ja, du kannst das schaffen. Du wirst fallen. Vielleicht auch nicht. Man sieht auch nicht, was man da einsammeln kann und so. Also es ist... Kann ich das auch damit kaputt machen? Juhu, Pflanzen gehen damit auch kaputt. Alles klar. So, ich glaube, wir haben erstmal wieder genug gesammelt. Oh. Oh. So. Aus Jetpack hält schon gut was aus. Man hat ein bisschen Angst am Anfang, das ordentlich zu nutzen. Aber im Grunde geht da schon ordentlich was. Jetzt muss es sich auffüllen. Danke. So. Da muss man nur ein bisschen drauf aufpassen. Das hält nicht ewig, ne? So. Was kann ich denn jetzt wieder craften hier? Gehen wir mal auf... Oh, nein. Warte, warte, warte. Damit wir ungestört bleiben, ne? So. Jetzt nochmal gucken. Jetzt haben wir ja neues Zeug eingesammelt. So. Companions auch noch. Oh, wie nett. Base Construction. Decoration. Decoration Data 1. Science. Fangen wir erstmal an, ein bisschen Bücher zu lernen hier. Decoration Data. So. Habe ich jetzt auch gelernt, ne? Ja. New. Face Swap Data. Laser Saw. Explorer Armor, Bilder Armor. Man kann auf jeden Fall schöne Arme ausmachen, ne? Da können wir auch mal mit anfangen. Standard Jetpack. Easy Jetpack. Warte mal, wir gehen mal hier auf... Explorer Armor Data. So, dann usen wir das. Und Consumers Data Disk will increase your understanding in the field of Explorer Armor. Da gehen wir auf Armor. Yo, ist ja gut. So, ihr hört, eigentlich ist der Part schon rum, aber jetzt bin ich ja ein bisschen, ne? Jetzt will ich noch gucken. Da. Ne, Standard Issue. Standard, Standard. Wo ist denn jetzt Explorer? Also, man kann hier auf Earthen Helmet und so weiter gehen. Rüsten wir uns jetzt... Rüsten wir uns einmal nochmal aus hier. Einmal Dirt. Wie, not enough. Achso, oh, da gibt's noch mehr. Oh, holy shit. Das geht ordentlich in die Kohle, du. Reicht nicht mal mehr. Aber gut, jetzt würde man natürlich anfangen, sich mit Armor und so weiter auszurüsten. Und dann wird man stärker und so weiter. Also, es ist ziemlich das Terraria-Prinzip, beziehungsweise das Starbound-Prinzip. Wenn man das mag und hier ein bisschen auf etwas hübschere Grafik steht, weil die Teils jetzt halt wirklich viel schöner sind. Und das Setting mag, dann kann man hier eigentlich zugreifen. Bis jetzt bietet es ja schon ziemlich viel. Wir haben noch nicht viel gesehen. Aber rein so vom Crafting her bietet es schon ziemlich viel. Mir sind jetzt in unseren 40 Minuten keine Bugs aufgefallen oder ähnliches. Insofern läuft das eigentlich ganz solide. Läuft die auch permanent mit 60 Frames. Kann man sich nicht beschweren. Sieht gut aus. Sound ist okay. Man müsste jetzt halt wirklich erstmal noch ein bisschen länger spielen, um zu gucken, wie sich das so entwickelt. Macht soweit aber Spaß. Aber ich glaube, wenn ich die Wahl hätte, würde ich wahrscheinlich eher Starbound spielen. Weil man da auch was anderes sein kann als Menschen. Diese niedlichen Vögelchen und so. Das ist halt irgendwie cooler. Nichtsdestotrotz, wem es gefällt, kann ja mal einen Blick riskieren. Das Ganze gibt es im Early Access momentan in Steam. Ich bedanke mich bei euch erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß hier mit Edge of Space. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, wie immer gerne Daumen und Kommentare und so weiter nach unten unter das Video posten. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.